Wie steckt ihr das mal? Dann können wir auch 8 und 8 spielen, ey. Es ist... also echt... Ich weiß, aber... Jetzt, 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 Leute! Ja, und einer müsste jetzt noch kommen, ne? Leute? Ne, passt schon, wir spielen 9 gegen 10. 9 gegen 10. Oh, eine, warte, wirst du trotzdem noch kommen, oder? Ne, ich schon, man fährt das echt mit 4. Ja, scheiß drauf. So, jetzt aber was? Jetzt! Jetzt, also, Leute, jetzt geht's los, Leute! Fissten! 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 Fäge ich eigentlich um! Ich geh auf A! Weil ich dich fäustern hab! Ja! Hau auf, Leute! Wie kriegen die es eigentlich hin, dass die Sets immer noch da sind? Der letzte! Keine Ahnung! Oh, du Scheiß! Oh, Mann, wir werden die so wegfetzen! Ich mein, Alex muss die doch mal vorgewarnt haben, oder? Ja, der hat aber... Fissten! Falt noch gehst du auf B! Das heißt, was? So, dann... Ich geh mit Markus weiter auf A! Alter, normalerweise sind... DSL spiel jetzt schon längst auf B! Komm mal her, Alter! Wir... Zwei auf B! Nein! Der Viertere ist doch noch irgendwie... Ach du bist ein... Mann! Mann! Ja, bleib mal kurz! Äh... 2 sind im 3er, aber... Das kommt gut! Wir holen ihn jetzt, oder? Fabian? Reif, kriege ich jemanden? Küche hat ich! Kann ich noch kommen? Küche ist sauber! Markus? Hat mich! M250... Ah, es sind zwei! Einer slow, kleiner spawn Hinter uns, hinter uns! M240B, ey! Kann ich noch kommen? Kann ich noch kommen? Kann ich noch kommen? Kann ich noch kommen? Passwort? Trance! Trance! Durch, hinter dir! Ab 2 auf B! Hopp A rein! Wo fattest du sie da? Hier kommen welche! Nein! Kleinspawn! Mets! Over here! Kleiner spawn ist einer! Genau! Der ist gut drum! Fabian! Humul ist sicher! Ecken! Ich bleib hier hinten und sicher A! Also dass hier keiner von hinten kommt! Da läuft einer zu A! Hab ich einen? Ich bin hinter dir werden! Ja! Get your Mets! Kennst du die spawns auf 10? A hab ich gesichert! Hat mich! Da sind 3 Leute! 4 Leute! Ciao Steven! Endlich slow, ey! Hä? Der rett den A! Achso! Wer ist denn da gegangen? Ich! Ja klar! C ist voll! Voll dumm! Es kommt bei mir, es kommt bei mir! Schanze! Ja ich bin safe! Die laufen aus der Base! Die sind aber da alle vorne rechts, ne? Schanze! Ich versuch's zu spotten! Ich bin nah! Hansel, bleib safe! Ist nix! Es ist gar nix! Dann sind die in den Bananen drin! Ich bin in der Banane drin! Und außen! Und außen sind sie auch! Ey ich geh nochmal aus dem Spiel raus! Da hast du ihn sehen! Bei mir kackt der TS für einen! Ist noch einer drin! Abit! 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 Ob mein Klan war, mein Spiel kackt! Abit! Durchstraße war noch einer! Bei B wird genommen! Ehhhhh... Ecker aus demического! Ne Mauszeiger wird nicht angezeigt! Kein Spielquart! Daun! Mauszeiger wird nicht angezeigt! Mach heiße! In der Küche! Ähh... Zu Banane ist einer! Ja, da geht er jetzt auch raus. Ja, da geht er jetzt auch raus. Ah, einer. Ich fülle mal ne Runde. Ich hab einen kleinen Teppich. Zwei. Oh man. Kann man einer retten? Großer Spawn ist einer drinnen. Zwei. Rollt noch mal einer. Warte mal. Spawn einer daumen. Spawn zwei daumen. Spawn zwei. Überheil, ey. Ne, ich sag ja nur für dich an. Spawn wie welche? Spawn. Ja, auch dort. Oh hässliches Game. Ey, das sind viel zu viele Leute, ey. Oh mein Gott. Übel ernst. Waren sie safe? Ich gebe halt Tic Tac. Willst du wirklich hin? Ich geh mal einen großen Spawn räumen. Ich hab die Küche aufgeräumt. Auch nicht, sind noch drei Leute drinnen. Sind grad gespawnt. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab einen direkt. Ich hab einen da. Ich hab einen da. Ich hab zwei da. Alter, das ist ja... Ich hab auch einen. Ich hab festschießen. Jaaa. Kann jemand wechseln? Wartet. Thanks. Einfach rein. Fische einer down. Ich bin down. Ich bin auch down. Flüchtlinge einer down. Ja, aber dann noch spawnen, ne? Hab einen back. Danke. Ah, gewinnen. Flüchtlinge zwei down. Ich krieg schon noch einer down. Ja, A. Ist wieder down. Wieder down. Krieg ich den Gang. Jetzt besser nur mit Elfen. Markus, ich spawn bei dir. Ich geh auf Headlitch. Ich geh sicher den Highway an. Einer down auf A. Da brauchen wir nicht eigentlich, wir gehen. Ich geh auf A. Oh coolie, coolie. Ich geh Adler raus. Kommt zwei. Einen hab ich. Einer's low. F***. Da kommt noch einer. Die brennt die Eichel. Dann brennt die Eichel. Dann brennt die Eichel. Dann brennt die Eichel. Dann soll er nicht so viel rumvögeln. Dann soll er Antibiotikum nehmen. Da hinten ist einer. Ich hab voll die Dicken reingerannt. Hab ihn. Also hinter dem blauen Container sind ein Haufen Leute. Und mindestens zwei. Ja, ich hab keine Nade mehr. Warte, wer haben wir da? Wir kommen von rechts. Hab einen markiert. Kann ich mal kurz vorrufen? Gut. Wer ist denn da? Ich hab keinen. Ich hab keinen. B burnt. W sind sie dran. Der Y-Craft ist A vorbei an den Lowway. Alex geht durch... Durch Highway. Richtung Highway. B burnt. D ist nicht mehr uns. Minimap bei dir, Cyborg. Muss einer noch sein. D haben die Feinde. Drei wo? Ab 1. B. B. B ist safe. Ich bin an der Gruppe auf den Echsten. Ja, Alex sind doch. Ab 1. Ab den Zweiten. Haha, ist das geil. Ist mir voll zuvor gefangen. Boah, hinten kommt ein. Ja, Banane sind hinten. Und gar nichts. Alex ist in der Küche. 1% hatte. B burnt wieder. Spawn auf B. Boah, warte. Ja, warte, warte, warte. Ab 2 auf B. B ist safe. Danke. Da geht einer auf B. B ist wieder... Ja, Kofa ist auf B. Das ist auch Alex. Boah, kommt einer von A. Einer von A auf B. Ah, warte, hier sind 2 noch. Boah. Einen hab ich. Können wir mich nochmal holen? Wow, Nade-Stram. Ja, einen zweiten hab ich hoch. Need revive. Hab ich sie. Kofa. Dankeschön Mafia. Ich muss mich alles nachholen. Ich hab jetzt 4 Leute geholt. Aber ich brauch Chris Madding, ey. Hat wer Muni? Mafia, bleib safe. A liegt von wegen dem Muni. Von hinten. Sniper da hinten. Bei A, beim LKW dort. Ist down. Jo. 75% Hilfe. Bei der Brücke ist einer. Link. Am Highway. Ne, da. Fabi. Da läuft auch noch einer. Highway 3. Ah, letzt mal Mafia. Mafia. Mafia! Jo. Na dann hier Jungs. Hin bei C. Die Knochen und Heiner. Der Knochen. Ja, ja. Ich bin schon auf C unterwegs. Ja, okay. Bin down. Fuck. Oh Mann ist das lustig. Das ist schon das Abgeschlachte, ey. Ja. Kann man so sagen. Am roten Container ist einer. Ich geh mal zu B zurück. Das ist so geil ey. Das ist so geil ey. Ich bin Sporter. Warte, ich holt euch. Nein, kein Suizid. Es sind zwei Leute. Es sind zwei Leute. Es ist noch einer an der Brücke. Ben, wo bist du? Ah, da. Hu. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Dahinter. Jetzt ist eine Nacht. Beton Morg. Bei A. Jetzt ist ein Kollegen hier. Jetzt habe ich einen. Ben? Ja. Jetzt mal hier. Wir kommen bestimmt durch das Gato. Ah, da hinten die Monier, okay. Boah, feiße. Ja, warte. Bei A spawnen. Mit der M240G A spawnen. Geht durchs Gato, da hinten sind drei Leute bei C. Jo, sie kommen. Sie kommen. Ja, jetzt kommen sie durch. Ich bin low. Ich bin low. Fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin auch down. Ah, Gato, komm und jetzt raus. Oh, da stehen drei Leute. Wo ich gerade verreckt bin. Schrank, warte. Zwei Sekunden. Ein auf B geht einer. Und vorn. Wow, krank. Boah, ich will mal ne Runde eigentlich. Habe ich. Oh, das ist noch einmal fack. Ich bin low. Einer kleiner Teppich. Jungs, ich bin drunter. Fuck. Fuck, Alter. Ich krieg dich nicht über. Ich versende Scheiße. Ab zwei auf B. Ja, ich bin auch tot. Die sind bei C hin. Ab drei auf B. C. Cyborg, genau da ist einer. Genau, gegenüber. Da sind fünf auf B. Was ist? Also. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hab ihn. Okay, von hier hinten krieg ich sie. Auf Entfernung sind die nicht so gut. Ja? Gar nicht gut. Komm grad. Ich bin da. Ich bin da. 2 einer slow. Oder kurz spiel. Hol die erstmal. Hol die erstmal. Hättest du vorher sein können? Kein Problem. Die Runde gehört uns. Ja, bin schon down. Bin schon vor denen dann. Oh, jetzt noch zwei. Oh, da kommen zwei raus. Oh, das ist nichts cooles. Muss auf der Stelle. Oh, das hat schon da oben. Scheiße. Ja, fuck der ist low. Warte, ich komm. Geh weit. Flankieren, flankieren, flankieren. Oh, scheiße. Ich geh low way. Weg kommt mit. Oh. Haben sie bei 10. Oh, reißig mal hin. Gibt es hier jeweils nur eine Rückrunde? Ja. Da ist einer beim kleinen Sporn bei B. Auf jeden Fall schießen sie sich rein jetzt. Ja, Alter, Skype hier. Ey, ich hab heute auch noch nicht gespielt. Ich bin auch noch mal. Lass mal links hier lang gehen. Wir müssen mal über den Highway gehen. Familie müssen mal über den Highway gehen. Wir müssen mal über den Highway gehen. Ja, das ist ein flankieren. Das ist eigentlich nicht. Ja, ich bin low way gegen... Auf 1. Auf 1. Auf 1. Auf 1. Oh. Ja. Ja. Ja, es sind 4 oder 5 Leute in der Banane. Also einen hab ich in der Banane. Doch nicht. Zwei. Geh über Highway. Ich hab noch einen. Ich hab zwei in der Banane. Ich brauch einen. Jetzt siehst du mehr. Jetzt sind alle tot. Okay. Bis dann. Boah, geschlachtet. Da liegen sie alle, ey. Ist das geil. Warte mal, lass uns nicht mehr sehen. Lass uns nicht mehr sehen, lass uns nicht mehr sehen. In der Küche ist Galien reingerannt. Okay. Ah, geh ganz neben. Macht ja, geh mal drüber. Küche ist low. Und hier ist okay, ist Galienstar. Hier auf den Gang hoch. Jetzt sind erstmal ein paar dauer. Küche, Handstein wieder. Deppert. Banane. Banane? No way. No way. No way. Kleiner, kleiner Spawn. Kleiner Spawn. Es sind mehrere. Ja. Fünf Leute sind da. Fünf Leute sind da. Fünf Leute sind da. Fünf Leute sind da. Einer kommt in Banane. Einer war A in dem. Ach, schnell mal ab. Zwei. Ich bin bei A. Ja. Nichts tun. Auf. Ja, das ist nicht ich. Das ist nicht ich. Ja, das ist verloren. Scheiße. Ja, vielleicht endet es ja noch mit, äh, gestern gegen TNC. Vielleicht fangen sie jetzt noch die Hoffnung, das Ding zu gewinnen. Ja, vielleicht leckt er sich jetzt kurz sein Lippe-Festing an oder so. Scheiße. Das ist mein A. Mach mal. Du, haben wir auch kurz hier noch. Ich hab dich eine, meinst du. Danke. Ja, kein Problem. Und das Ding haben wir. Ne, ne, ist noch nicht ganz sicher. Ich störtel immer noch. Also es sind viele Galaxies dabei. Dreh'n. Ja. So, hoffentlich sind jetzt mal die Tickets weg, äh, äh, die Bukle. Die Statsmen. Gibt's jetzt noch ne Rückrunde oder was? Und danach Bazaar, äh, Quatsch, Kaspersh. Schauen wir mal jetzt. Der Sky war der Beste von denen. Fand ich jetzt. Ja, fand ich persönlich auch. Der hat mich auch am meisten gekriegt. Der war der Einzige, der ein bisschen was schießen konnte. Der Rest war nicht ab. Oh, das kommt der Baller. Ohne Achte, du Schrasen. Ich krieg dir da Dust Storm ein 7er Ping hin. Ist doch scheißegal. Ich krieg da ein 7er Ping hin. Ich krieg dir da ein 7er Ping hin. Ich bin hier 138er Ping hin. Ja, aber da hatte ich aber direkt neben so einem EC stehen, deswegen. Ah, ganz ehrlich, wir sind jetzt viel zu viele Leute. Ja, das sind halt wirklich zu viele. Für Tontos wird es vielleicht optimal sein, aber das hier für nicht. Wollen wir bei mir? Wollen wir bei mir? Hast du das Sprint? Hier B. Ich geh direkt lang hier. Ich geh direkt hier. Ich geh Highway. Ich mach B alleine. Ich mach B alleine. Ich geh auch auf B. E A erstmal. Ich geh auch auf B. Ich geh auch auf B. Ich geh auch auf B. Kannst du? Geh mal Gate und zerschieß das Schild. Okay. Ja, mach ich. Ich mach schon, ich mach schon. Okay, okay. Er zerschießt du das Schild, aber ich glaube Gate. Ich zerschieß, okay. Und du wirfst. Marek, Cyborg. Das wird durch, okay. Oh, ich hab nur eine Nate. Hast du schon? Einer down? Ja. Boah, fuck. Nate. Na. Na. Alter, der hat alle drei mit den Nades geholt. Der ist Versorger. Der wirft und wirft und wirft. Und freut sich mit Keks. Was ist denn so? Kriegst du den von hinten am Gate? Ja. Nice. Scheiße. Boah. Banan, einer? Ich hab ihn gespawnt. Scheiße. Ich hab ihn gespawnt. Viper hinter dir. Dauerfeuer und so, ne? Viper hinter dir. Grüßt du mich? Alter, der ist auch entstanden. Ach, was? Hab ihn. Hinten, hinten. Hinten. Ich bin tot. Ich krieg mich jemand. Die A sind zwei Leute. Ich hab einen Bananen. Von hinten. Von hinten, Leute. Ach, scheiße, man. Einer ist down. Bullet, Kirsche. Wo ist der Bullet? In der Küche. Ben, bleib mal auf C, mach die Base. In der Küche, wir müssen in der Küche, Jungs. Dann kriegst du auch ein paar schöne Filz. Wow, liegt er, der liegt da. Der liegt am Tresen. Ich brauche Filz mit mir aus. Ich brauche Filz mit mir aus. Oh. Krieg mich noch einer? Krieg mich noch einer? Wurde gesetzt? Wurde gesetzt? Ach, Alter. Das sind drei Leute. Der freut sich schon dick mit seiner Scheiße KP. Markus, ich spawn bei dir. Oh, er hat fast alle Berge geholt. Weg, wie du kannst. So, nur weg. Ey, A sind sicher sechs Leute. Ne, da bewege ich mich nicht mehr. So, bleib oder lass, 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 lass. Mach doch. Ey. Guck mal. Kann man solche zwei C bleiben? Ja, bleib mal. Ah, Mann. Hab drei Stück. Krieg mich einer aus. Boah, danke. Boah. Ey, ich hab noch keiner zum Fight gewinnen. Boah. Hint aus. Hotel, Hotel. Opa, ist einer. Komm, einer. Scheiße. Boah, der Bullet wurde wieder belegt. Ich glaube, wenn die checken das nicht, ist der eine der Basis, ne? Oben ist einer. Oben. Ja, bei mir ist überhaupt niemand. Auf der Brücke. Ja. Hab ich. Noch einer. Oh, kannst du retten? Ey. Kannst du retten? Wer auch immer von der... Wer ist denn im Küchengehang und retzt mich nicht? Warte, ich hol dich. Boah, ich bin bei mir. Pechen legt die Haupte rein. Noch einen. Ah, fuck you. Alper, halt die Hand. Ist das okay? Yo. Das ist für mich amüsant. Fuck yeah. Bei 10, bei 10 ist überhaupt nichts los, ey. Alter, suppress mich doch nicht. Jetzt noch einer. Wir lassen das Viper. Sorry. Ich komm. Bin down. Ich käme mal ein paar Spawns ab, ne? Ja, für sowas haben wir jetzt keine Taktik, ne? Oh, fuck. Genau. Auf A müssen noch mehr sein. Bei A. Ab 1. Ab 2. Ab 2. B und C burn. Ach. Boma, ich komm. Ich brauche Unterstützung. Die kommen hier einfach mehr an. Elgang ist im Film. Die nehmen C ein. Ja, dann wollen wir noch ein zweiter Mockgang oder wollen wir hier bleiben? Lass uns verteidigen, bis wir hier weg sind und dann gehen wir raus. Ja, okay. Ich hab 11-1, Alter. Ich hab 4-1, weil ich bei C hinten rumstehe und wenn ein Gegner kommt, ist mein Anti-Wirre aufgegangen. Hey, weil's... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fällt zu. Keine aus. Boah, scheiße. Scheiße, ey, ich bin... Banan... Ich hab aber zugegeben. Ich bin down. Es wurde wiederbelebt. Was? Geh dich in die Bananen rein. Geh dich in die Bananen rein. Hört bloß auf. Geh nur lieber von außen und nach. Komm von hinten. Ja, komm von hinten. Ich komm auch von hinten. Ja. Was? C-Gate, einer. Ich glaub, wir sind spiel bei Low-Way zu C. Wo sind die? Da sind zwei. Da sind zwei. Da sind zwei. Da sind zwei. Du schießt von hinten auf eine Strafe heute. Alter, schieb du eine Strafe heute. Oh, Mann. Das ist so ne Stress, ey. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten, Leute. Bananen ist los. Ach, hier auf Deck. Nein. Hab einen bei BM. Zwei bei BM. Bananen ist alles sauber. Nice. So. Oben Construction ist neuner drauf. Ben 10. Nein. Geil teilen. Oh nein. Was ist bei Anus? Melk tot. Bei Asen. Abwursen. Abwursen. Swagger, lass mal. Say Walker, genau, lass mal Bananen gehen. Ja, okay. Ich bin Bananen. Ja, ich weiß. Ich bin nötig. Ich bin nötig. Oh, auf meiner Leiche. Das ist einer bei C. Greif dich, Bananen. Highpoint, alle down. Ich bin down bei A. Fuck, alle weg. Ich komm schon. Ja, warte, warte. Ich komm auch. Okay. In der letzten Sekunde, ne? Ah, fuck. We got your first game here. Oh, fuck. Da ist er in der Base. Oh. Hab ich, aber ich bin auch tot. Okay, weißt du nicht? Ich geh zur Mafia zu A. Oh, thanks. Ah, getraded. Kann mich einer holen. C Straße. Mafia, wie sieht's aus bei dir? Einer, glaub ich, ja. Hab ihn. Ich bin im Hauptgang. Oh, fuck. Einer läuft da. Dwei gespawnt. Ah, ich bin tot. Einer hab ich bei der Magnum. Bei C. Ah, C, warte, holst du mich? Ich hab's gewusst, Leute. Pick it up. Pick up the first game. Jo, die kommen rum. Ab zwei auf C. Hochfeiter hinter dir muss was sein. Ja, ja, ja. Markus, die kommen auch von A, ne? Auch noch. Ich hab's gewusst. Ich halt hier hinten an die Deckung. Ich hab einen, Ghetto. Es sind drei. Ich hab einen mit der Magnum. Geben wir Moschee. Von A, von A. Zwei bei A. Geben wir Moschee. Geh durch Zickzack. Füllen in Gang. P sieht gut aus. Boah, eine war A. Füllen. Füllen. Down. Ja, Moschee ist safe. Doktor, ne? Ne. Ich nehme es, ne. Ich will vermerken, ich hab's dir die ganze Zeit aufgehalten. Keine Lust. Hast du schön gemacht. Hey, retten mich doch wer von mir vorbeigelaufen ist. Ja, was ist das? Blöde, ey. Ah, füllen wir. Was ist einer? Mein Gott Er spreche ich den Leader, ey, passiert die ganze Zeit nichts Ich hab irgendwie drüber, was will ich retten? Hab ich zwei Ich hab auch zwei Hab wir Thanks Was ist jetzt zurück? Hinter uns Hinter uns auch draußen Hab zwei Ja, C Quatsch, genau, Bravo B burn Drei auf den Mark Kaleb, sie ist bei uns Walfold ist bei A Kaleb ne Da sind drei Hab einen auf Bravo Hab alle drei Da haben wir noch Magno Küche Küche Ja, wo sind mehrere Mehrere Einen hab ich Krieg nicht einer Ich hab auch einen Ich hab auch einen Danke Danke Help Kleiner Teppich Ich mag Spade Ich spade Oh nein Ja Habst du das noch weiter? Ne, ich möchte ruhig Hast du nicht noch irgendwo ammo? Genau Ja, ja Hehehe Ich hab schon welche getragen Ich hab schon welche getragen Das war ne Runde chillen, Jungs Doch, eh nur Delfen Einfach nur ein Terren Zieht mal C zurück Ich denke mal, die gehen wieder bei Highway zu A Ja Highway In the way ist einer Ich bin mit Highway Er ist down Ich bin mit Highway Ich bin mit Highway Drei Leute oben Bye bye No Hab einen Zwei hatte ich Oben ist sauber Jaja, zwei hatte ich schon Hat er nicht mehr geschafft zu retten So schlecht Hier ist einer oben Hier ist einer oben Hier ist einer oben Freilich Da Hey, hinter euch, hinter euch Zwecker holt mich einer von euch Der rennt Der rennt Richtung Moschee Jupp Danke Gut Nice So jetzt wollen wir mal sehen Wie das mit Fahrzeugen aussieht Wie war Leute? Genauso Ich würde fast sagen Wir gehen in andere Channels Das blickt ja nicht mehr durch Ja, aber für die Flieger Für die Flieger ist es halt wichtig Unten zu hören Wo wir hingehen müssen Ja Wir müssen alle wissen Wo wir sind Deswegen Wir dürfen doch nicht alle Durcheinander quatschen Jetzt stell dir mal vor Es gibt doch noch 16 Rays Und Jungs spotten Alle Fahrzeuge spotten Was es geht Dann kann die Luft erst helfen Spotten, spotten, spotten Jo Also ich habe Raketen mit drin Ich habe auch Rocketbots mit drin Ja perfekt Was soll ich eigentlich jetzt machen Weil Fahrzeuge Also wir können auch zu zweitem Angriff fliegen Auf Panzer oder was weiß ich Wer ist denn jetzt in der Anti-Air drin? Sprecher 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 Cool, das macht voll Spaß mit euch. Das ist wirklich mal was ganz anderes, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müssten 16 und 16 spielen, ne? Geil, scheiße. Ey Leute, mal ernsthaft, Alter. Zehn Mann Bazaar ist einfach zu viel. Nein, Homer, ist schon viel zu weit weg. Was hab ich gemacht? Ey, ich bin mal wieder im Ladescreen, ey. Ich hab einen Jett. Bin auch noch im Ladescreen. Ist ja besser. Bin noch im Ladescreen. Die Anti-Air. Viper, warte, ich bin nicht dran. Homer, du hast von Pink von 304, Alter. Not live, Mann. Hier steht kein Anti-Air. Jetzt bin ich da. Da ist er. Ich hab den nicht gesehen. Ey, Alter, was geht los? Es geht los, oder was? Ja, es geht los. Wir haben bereits geschrieben, Jungs. Es geht los. Es steht immer noch keine Anti-Air. Du weißt ja schon. Aber, Schranze, hast du den Heli gesehen? Ich nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Komm, dich mal spotten. Hinter uns, Jet. Helikopter gespottet. 3D fahr sich das an. Der eine, der eine Jet hat T-Zicker. Ich bin hinter beiden. Fahr, 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 fahr. Mach ich ganz sicher. Hup, ich hab mal. Hup, ich hab mal einfach fahr. 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 Alles, alles brett und es geht, Schranze. Ah, fuck, Alter. No. Warte, wir hatten eine VD, ich mach, äh, retten. Komm, du auch mal scheißest. Komm, komm, wir sehen uns in die nächste TV. Dann lass rausgehen. Ja, passt schon. VD Hup, jetzt automatisch. Pass auf. Schranze, du gehst direkt auf den Heli drauf, ne? Der Jet ist hinter mir. Der Jet ist da. Ja, mit der TV. Ja, T um. A ist. Da ist. Auf, lass es auf B gehen. Heli ist kaum von B. Ah, fuck. Heli ist kaum von B. Heli ist kaum von B. Ja, passt. Jet ist hinter mir. Ja, warte, ich... Oh, Jet, ich... Der ist schlecht, der versucht mich mit Hitzigern an. Ich hab keine Idee. Warte, ich hab keine Idee. Warte, ich hab keine Idee. Hast du markiert dann? Machierst du mal? Wo? Jetzt hab ich. Ich hol ihn. Wecker, mach zu... Mach zu, äh... Wier, 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 wier. Wier. Wier, 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 wier. Das ist ein B. Hier ist er raus mit dem Merkert. Hab er nach B. Wier, 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 wier. Ich glaub, er ist hier, ja. Die Ani er gibt's nicht bei Conquest Small. Kommt noch ein Jhin, kommt? Ja. Ja, den hol ich mir. Ich bin hinter. Ja, pass. Danke. Du siehst hier in Eis. Es wird ja schon mit dem Panzer, keine Ahnung. Hier ist nix. Wo ist der Schatzhedy? Warum der Hilf von dir? Wierst du nicht, du hast... Pass ab! Hier ist gar nix in der Welt. Ja, pass, check an. Warte, ich bin. Warte, ich bin. Warte, ich bin. Warte, ich bin. Wir sind schon fähig, weil wir sind wieder gegen. Ja, ist ne, warte, warte, ich hab ne... Oh scheiße, Battlefield. Ich glaube ich komme nicht schaden. Warte, B noch mal. Battlefield ist mir abgeschrieben. Hast du ihn? Viper? Nee, noch nicht ganz. Ich geh auf dem Hubschrauber. Dann versprich mit mir. Obwohl, warte. Inventory bei A. Wehlin! 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 Schieß, ja, schieß. Battlefield ist mir abgeschrieben, Leute. Ja, okay. Einmal wieder. Ein Turn ist saugut, ey. Ich bin down. Hele ist Kampf und Finish. Habt ihr noch auf der linken Seite? Wo ist er? Da ist noch er. Schranzl, da gibt es die Weibung, haben wir bessere Chancen. Das sinkt am Heber. Ja, das ist auch so ein durchgegangen... Ja, natürlich, wenn die Viper, das ist sehr logisch. Wir haben die bessere Chancen. Das ist mit der viel flexibler. Nicht in den Kettlern, der für gegen die TV fliegt. Der ist zu lahm dafür. War er jetzt eigentlich live oder nicht live? War live. Aber dafür macht die Gun von der Heber, kloppelte Pizaden auf die Viper. Leute, das ist scheißegal, ob wir abgeschlossen werden. Hauptsache, wir haben diese scheiß Punkte. Wir gewinnen gerade. Ja, die beiden Jets auf mich. Wir legen diese nur ab. Hab einen. Sehr schön Viper, sehr schön, ich hab's aufgenommen. B geht und D geht. Wir sind angeschossen. Wo fahrt euch komplett? Ich bin Bär. Ich hol mir Ake. Hast du sie beide, Viper? Okay, er geht auf mich. Ich hab's nicht getroffen, ich hab's nicht getroffen. Ich hab's nicht getan. Wir holen die, wir schreien Sie beide. Ich hab's nicht getroffen. Aber ich hab's nicht getroffen. Ja, aber ich schieße mir auch mit der T4 schon mal runter. Ja, hab ich doch schon. Boah, was heißt denn? Äh, könnt ihr mal bitte den Crash-Talk labern. Oh, es ist es! Oh, es ist es! Schieße! Verpiss dich! Verpiss dich! Nein! Oder nicht! Warte! Alter, die T4 ist neben meinem Grip! Los, schweiß doch nochmal, 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 nochmal! Ich hab die Leute beacht. Ich hab die Leute. Fakus, ganz ruhig. Ganz ruhig, der Braxt ist. Nein! Fakus, ganz ruhig, du packst es! Vorne ein Bio! Pass auf, das kommt wahrscheinlich zu euch. Haley's down! Aber Serge schon war halt bei Dankschön! Was ist wieder? Hase und mehr als zwei Leute! Wohl Unterstützung! Welter vielleicht mal abcheckt! Ich bin am Jets ran! Boah, ich bin auf dem Weg zu der da! Was kann ich sein?! Tanks! Mafia, hast du den? Ja, ist down, warte! Kannst du schon mal bestes, Alter? Das sind zwei Jets! Ja, kannst du nix dafür! Ich, ich, ich... Ich bin nämlich am... Nee, ich fühl dich, das ist... Unser Jets... Wohl, B. 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 Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ja, ja, ich bin dran. Oh, fuck. Ben, du musst mit auf D. Ja, pass auf, sei es ordentlich helllos. Zwei Tanks. Ja, ich hab die Tanks auch unter vor. Er kommt. Ist aber ausgesprungen. Hab den einen Tank markiert. Komm. Einfach noch mal einen rein drücken. Eissicher. Ja. Fahr du mal, ich muss weg. Viper, sorry, das ist nicht ganz meine Grunde gerade. Was? 0, mich hat er mit der TV-Rakete geholt. Ja, das ist schon nicht gut. Glücklich. Viper, erster Jett und Tanks. Der Lumpensammler hat mich wohl holt. Viper, erster Jett und Tanks. Mach du, mach du, ist scheißegal. Okay. Und ein Tank? Frank, bei Bravo ist da. Frank, bei Bravo ist da. Da haben sie liegen. Ah, ist die Kontin. Bei Bravo liegen auch. Oder? Ja, da ist uns. Der ist hinten bei dem Dorf. Hab ich? Der ist hier Schatzel. Einen Jet hab ich. Ich hab auch einen Jet. Also, ich hab jetzt einen Jet. Also, ich mein, ich hab einen Down. Katzen, siehst du ihn? Der ist gesplottet. Absolut. Dead hinter mir. Ab 2 auf D. Alles sicher, alle geholt. Hab ich. Jo, ist wahrscheinlich rausgesprungen. Nee, nee, hab ich. Ich hab einen Kill. Hier ist noch einer. Davion. Down. Man. Man. Hat jemand nur nicht in den Weg zu D? Ein Down. Okay, gut. Ja, ist Down. Dann hab ich an die Hände. Wissen wir. Vor uns. Läger, da ist noch einer. Na ja. Hört mal auf draufzupallern, wenn wir den schon haben. Ist du rauf? Das ist bei A's. Vier aufhören zu ihm. Oh nein. Ja, Heli ist gestartet. Heli ist gestartet. Ich hab die Liste. Jo, Heli. Ja, fuck. Alter hat mich. Alter ist gut. Lufensammler. Ja. Hoch von der Nase, hoch mit der Nase. Komm, holen die, holen die, holen die, holen die. Das ist süße. Passt. Wow, hab ich jetzt gehockt. Nein, ganz knapp. Boah. Wir haben alle geholt. Ja. Warf ja läng' den Mantel ab. Ja. Ich komm gleich. Ich finde das soll nie gehen, ne? Max, komm gleich zu A. Komm, ran, 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 schwanzig. Ran, ran, ran. Geht auf, ran, ran, ran. Geht auf, ran, ran. Geht auf, ran, ran. Geht auf, ran, ran. Geht auf, 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 ran. Du war mal fast hier den, Mann. Warum triffst du denn nicht? Welch jemand? Er ist ausgewichen, Mann. Was willst du denn für mich? Kannst du den Hole? Ach, ein Fein. Ne, mit einem MG. Mit einem MG. Halt dich doch! Joooooooh. Die Gehalte, Alter. Guck mal auf, von euch an zu flay, boah. Ist auch kein Plan. Du hast ganz klar gesehen, dass ich geschossen hab. Ganz klar, rein. Ganz klar, rein. Ich bin echt, ich bin echt, keine Panik. Leute, ich bin echt, ich bin echt. Hey, was auf die Röldraut. Hey, was auf der Röldraut? Hubschrauber? Ja, das hättest du auch sehen müssen. Ab 1 bei A. Wir haben noch... Was?! Wie denn das? Was?! Der Instant wird sich weggefallen, wie bei dem Eingang wieder. Ab 2 auf A. Da ist ein Tank. Wer ist denn dieser xxxx? Und wer ist GF? Ja Weiber hat mich Sicher? Ich hab kein Jet, warte mal Jet über unserer Base Hab dich Ah, fuck, Reetdowns, Reetdowns 2 Jets auf mich Daywalker Komm, wir wollen uns jetzt mit dem Panzer Ja, ja, ich kann nicht Aber ich was nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Hey, gib da vorne Schatten, Schattenjet, warte Schatten, die geht's zu dir Viper, da der Hohenvertriebe ist bei einer Du bist die Raus, raus, raus Ich bin down Deber Und bei mir, ich bin bei Delta Passt du dir, passt schon Ein Jet habe ich, Bomben ist bei dir Der andere ist da Bomben auf C Ich bin an dem Jet dran Jo, ich bin hinter dir Wir werden von euch hinter D Leute, abgestürzt Ich geh auf den Hubschrauber Auch Hab hier zwei Partner glaube ich Guck mal, ich flieg nicht Ich kann nicht fliegen Ja Eli mal bitte spotten oder sowas Ich schieße Wer jetzt auch Algebot hat Wir quäten wie tot Zwei Panzerwälder Wir trennen doch mal Wir trennen mal Infanterie und Luft Okay Wahnsinn Auch Ja Ja Wir trennen mal im TS Wart mal Ja Oma, was ist los? Ja, wir müssen beim TS trennen Das geht nicht Alles gut hier Wo ist der Heli? Der ist down Warum kommt bei dem? Hab ihr zwei Tits bei mir? Ach, okay Der war für die Mutter Das ist hier und vor Ja, für den Plank bei der Hände Der Wiener nicht Hab zwei Leute bei dem Ah, der Anti-Air hat mir schwach Von rechts ist noch einer Ach Mann Ich hab die Flars draußen Scheiße Raus, 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 raus Viper, warte ich komm Ja, die Flars effektiv Du hast zwei Jets hinter dir, ne? Ja Wo weiter, da geht mir wieder Bravo C2 Leute Alter, warum treffen nicht zwei Heatsicker, Mann? Alter, wie oft will den denn da Müssen wir auch anstufen, Mann? Und wer stippst du denn an die ganze Zeit Oh, was ist denn die Scheiße? Markieren Helis, Herr Bock Markieren Leute, ich wechsle im Jet jetzt zu Äh Das geht nicht schlecht Nein, so ist Leute Macht das Ey Boah Boah Du warst überall weg dafür Dann kann ich den da mit mir Fahrt Könnt ihr den scheiß Heli nicht kriegen? Beruf Leute, wir müssen die Poker holen Ist länger viel Zeit, ey Ach Ja so ein cooler Heli Jetzt schilt erstmal, Mann Hinter uns ist Ben Ah ja In Jeep Thanks for Reds Geh weg Sorry, hier, nimm den Jet Ja, ne, kein Ding Wir werden nur angeflogen Hinter dir ist ein direkter Jet Brauch, zu Swagger Warte, fliegt gerade über die Landewahn Auf dem Berg Ich bin gleich hinter dem Und... Ich bin hinter ihm Warte, der fliegt... Guck mal, der fliegt nur Afterburn Der ist hier vor uns Gibt nicht klar, ne? Tschüss Ich fliege, ich bin hinter ihm Hab ihn Hab'n dauer'n Schnauze Sehr gut Ich hab jetzt Tanks Ich hab jeden Sieger dran, ne? Wir gehen auf den rechts Ja, die kommen beide zu Delta Zwei Tanks kommen zu Delta Oh, zwei Tanks Ja, ja, ich hab ihn wieder, jawoll Den einen ist down Kafflingfähig Boah, was geht'n hier? Leck ohne Ende noch wem er tot Hast du alle? Ja, ja, ist down Alle down Profighter Dass du wieder zusammenrumpst Auch das fliegt nicht Wir legen ihn auf den Ziesel Ziesel ist auch für den von sonst Äh, D-Walk Kannst du mal den Tank von D holen? Ah, fuck Was heißt der? Zu D kommen, zu D kommen Zwei Leute zücken 1 oder 2 Ja, ne? Ich hab' gerade verhindert Jetzt Jetzt geht's los Warte Einschätten Ah, zwei Leute mit gleich von der Seite Ah, zwei Leute mit gleich von der Seite Ah, zwei Leute mit gleich von der Seite Warte Oh, ja! Kampffähig, Kampffähig Einer ist rausgesprungen Hinter dir ist einer Warte, warte Kriege ich, warte Ja, jetzt Nein Daneben Jawohl, jetzt kriege ich mal Der hat uns nicht gesehen Drei auf D Der hat uns nicht gesehen Langsamer fliegen Wo ist er? Jawohl Hallo Was kommt denn? In der mir ist ein Jet Ja, warte, warte ich Kann auch hin Aufbrennen Ja, warte Ja, der ist low Und Es ist ein downlink Ich hab' gerade Weißen Wir sind Welche hier sind? Boah, das ist der Jett! Der ist schon an uns mit! Ich kann nicht! Ey, down! Wo ist der Jett? Ich seh ja keinen auf meiner Seite! Das ist schon zum dritten Mal, Schatzel! Zum dritten Mal! Ich kann nichts machen! Der reißt rum! Du hast doch selbst... Die ganze Welt geht auf einmal, Shep! Er hört doch auf Rumsflame, ohne Schein! Ja, er hört doch auf Rumsflame! Es macht das Ganze nur schlimmer! Keiner kann es nicht kontrollieren! Ganz doch geil, ganz doch geil! Wieder down! Er ist bei der Antenne drücken! Ja, das ist doch alles! Ja, Quatsch! Blauer Container, blauer Container links! Kommt hoch! Der Quatsch kann mitspielen, als 10. Mann! Ist er denn jetzt? Ist er jetzt weg oder was? Ja, deine hässige Nigamutter, Mann! Ich hab ein Panzer, komm zu D! Ich hab ein Panzer, komm zu D! Warum ist eigentlich... kommt eigentlich niemand mal helfen! Da kommt keine Brauchtauer! Was denn? Quatsch, komm, willst du mitspielen? Ach, ich hab keine... Du bist Kampfunfähig, weil du da... Ja, ja! Ich auch nicht! Ich bin Kampfunfähig! Ich bin Kampfunfähig! Hey, nur mehr Flakene nehmen, Leute! Nur mehr Flakene nehmen! Nicht mehr so töten! Die Flakene sind wichtiger! Wann sind los? Warte, 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 warte! Wie ist das Passwort? Nein! C-R-A... Ja, Kampfpornfähig. Krankpornfähig warm mit einem MG drauf! Leute ich glaube ich kann die Rückrunde nicht mehr lernen. Wir brauchen Planeten beim Heli! Habt ihr gehört? Was soll ich machen? Einen hab ich. Der Heli steht am Boden, Markus. Warte, ich hol mir den Kleider. Ich muss auf den Jet los. Der ist nicht fast wie wir haben hier, das ist scheiße. Hallo, ganz gut. Kann man ja sagen, was ich machen soll? Ich hab ihn. Danke. Hey, this fucking machine is here, but I need a repair, over. Ich komme auf so ein paar Leute und alle von uns. Hinter mir ist glaube ich ein Jet. Ja, den hab ich über A geholt, ey. Komm, Schrantzl. Deiner. Hab einen bei A geholt. Bei, warte mal, das ist das 10. Der ist sauber. Mit A knapp. Oh, da ist noch ein Jet. Da. Ah, damn it. Da war der. Ist das letzte Runde? Nee, jetzt kommt die letzte Runde. Komm noch ne Runde. Okay, gut. Ich hab den noch erwischt, Viper. Gut, Trayn, klein geschrieben. Hier, wer spielt das Infanterie? Okay. Wer spielt da alles Infanterie? Ich will wollen, ich mach alles. Wer spielt Infanterie? Wer spielt Infanterie? Daywalker, Profighter, Ben? Zwei... Profighter und Ben, ich würd sagen, Infanterie geht jetzt mal runter zu Profighter und Ben. Dann ist das hier oben mal ein bisschen entspannter. Braucht ihr noch nen Gunner für nen Hedi? Nee, das bin ich. Ja, Infanterie geht runter und die Flieger bleiben bei uns. Genau. Könntest du irgendwie nicht... Jungs, da ist noch Infanterie. Äh, was... Spiel doch einfach Infanterie... Spiel doch Infanterie einfach mit denen mit, die brauchen am Boden Hilfe, das allerbeste. Soll ich runter gehen, ja? Ja. Ja, dann runter, ja. Viper. Wo ist Viper? Ja, ich bin hier, warte. Ganz kurz, zwei Minuten. Also, unser Helis ist eigentlich ganz gut gesetzt, finde ich. Und die Jets... Ich mein, ich find's nicht ganz gut. Luft... Überlegenheit haben wir eigentlich oft. Ja, ja, aber... Wenn die Jets unten sind, hab ich das gleiche gemacht wie die. Ich hab einfach die Jets kaputt gemacht, bevor sie gestartet sind. Ja. Ja, aber Schranze, jetzt mal in Ruhe. Das ist unfair, das Reinfliegen. Ich hasse das. Das ist einfach... So fliegt man nicht. Und das ist zum dritten Mal. Es reißt alles rum. Ich kann nix mehr machen. Wo kommst du? Los, Viper. Auf geht's. Jo. Attacke. Okay, auf Leute. Ihr macht das übrigens super im Jets, ne? Also... Dankeschön. Ihr macht das gut. Bei Jets... Da kommen schon die Ersten. Einer ist schon... Boah, die Span geht irgendwie so. Da kommt schon Hubschrauber. Wozu ich ihn rechne? Ich hol mir den hinteren. So, ich hab' den Hubschrauber spottet. Auch nicht, warte, Jet. Ich hab' den Kampf umfähig, den ersten Jet. Warte, ich hab' den Hubschrauber erst. Ja, den hol' ich mir. Warte. Jet hinter mir, Viper. Hab' ich. Den einen Jet, den du angehildet hast. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Alter, der hat mich komplett weggehauen. Auf, Spanze! Mit einer Salbe. Angehildet. Bei, bei, ich bin aufm Weg zur Base. Ich hol' mir den wieder, ne? Jo, jo, alles klar. Ich will mich dann in der Chat zu. Mach' mir keine Sorgen um dich. Stuhu. Obwohl der hinter dir ist. Ich bin nicht hinter ihm, glaub' mir. Auf, Spanze! Kannst du mir mal zeigen, wie du das so umfliegst? Also, ich weiß nicht. Ich hab' das von Huntinglings. Ich weiß nicht, wie man Loopings fliegt, deswegen. Komm, Spanze! Du musst immer Loopings fliegen. Ja, das ist habitabel. Und dann immer Loopings fliegen. Mit was für ner Geschwindigkeit? Spanze, Runzen, ich helfe dir. Ähm, einfach, wenn du oben bist, kurz skippen. Also, das heißt, hier mit deinem, dein Afterburner. Sehr schön. Boah, Scheiße, Alter. Das wär' ich nur ein Schrimpel. So, ich bin jetzt hinter dir. Wir haben's grad'n Problem. Bei Bilder. Wir nehmen dich da, Run-A-Assistee. Sehr schön. Danke für die Ablenkung. Jetzt ist aber wieder einer hinter mir. Bei Schatz hat er keine Chance. Ja, warte, den hol' ich mir. Du, ist auch gerade einen hinter mir. Du, bist auch mal gesagt. Schass... Beide Habe. Ja, ich bin... Ich bin down. Nur mit dem Jet, weil das mich fliegt doch immer gut. Na egal. Limpensammler aus dem Jet, jetzt, ja. ja und dann war ich meines Erachtens gar nicht so schlecht ist auch nicht, der fliegt ganz gut krass ich krieg keinen einzigen Kill du fliegst, sondern wir sind schnell vorbei, also du musst ein bisschen erschweben oder sowas ja, das Problem ist, dann sind wir angreifbar für die TV-Fund-Gegeläge Heli auf der Bergstütze da ein Heli von uns gehört hinter mir hast du ihn? abgestürzt T fängt von denen, jetzt haben wir so ein Tank-Täne gesagt ok, ein Jet-Hotrich da kommt ein Tank-Täne da kommt ein Tank-Täne aber da kommt ein Tank-Täne, pass auf, der senkt uns an, wir sehen bei links links, links hinter uns ok warte warte ist er abgestürzt weißt du, er ist rechts, rechts kann ich direkt ne 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 rechts, ganz rechts der fliegt, der fährt runter ja ist er angehettet warum nimmst du denn den Zaun, wir müssen die Feld für dich und nicht und sonst ist der Heli, der muss jetzt auch in der Luft sein wieder ja, wenn du mal stehen bleiben würdest, kann ich den Kontrast wegtreten ja ne, ne, die Puppe und wer die sind an unserem Video dran ne, Quatsch 2A und was B uah oh, weil war ich dran hab's grad erst gesehen da ist weg aber du gibst hier leider am Unterhalt leider kann jetzt hier das übernommen ich kann das ne ne, ich weiß, aber was soll ich machen, ich werd nur angesiert jetzt haben wir 50% und ich denk grad zurück gehen und aus lock rein so Schanz, jetzt kann ich ziel, warte da kommt ein Sieb vor uns jo Jett ist so gut wie down aber Schanz, wir haben auch grad keine zieles außer uns Heli Heli wir hätten sie aufschießen können und wäre da down gewesen komm, deiner jön, 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 jön oah, schade was kam vom Feig weibler raus schanz, wir gehen noch mal hier gehen noch mal hier ja, bravo ist jede Menge los 3, 4, 4, 4, 4 ja, ich weiß ich hab auch den Ding zum Gip geschlossen bei D, bei D, bei D im Wald im Wald im Wald oh, bei D ist auch was hast du den Schanzel? nein jön, alles löse so bleiben, so bleiben, so bleiben Gott ist ja der ist oben im Wald er ist angelockt öööö, muss ich drehen Kampf um Pfieb vereine Der hat mich auch gesehen, hat doch Da, Schranzl, rechts Ein fütteres Neck Die, Schranzl, unten, rechts Ja, die ist mit dem Jet-Bot in die Mitte Lass mal gucken wo der Hegel ist, wo der Hegel startet Red ist Downviper, ich hab dich gerecht Da vorne ist er Hubschrauber ist da Platz Das war meiner Ja, nice Ich hab ihn abgelenkt Kampfunfähig? Komm, das ist jetzt mein Kill mal Jawoll, endlich hab ich meinen ersten Kill Alter, jetzt geht dieser Skypie in den Jet Ich glaub der ist gar nicht so schlecht Aber ich hab ihn kaputt gemacht Der hatte nämlich jede Menge Sprengstoff dran, Viper Viper Der eine Jet hat Sprengstoff dran Geh mal auf A Geh mal auf A Geh mal auf A Geh mal auf A Nee, auf den ist grad einer, da ist grad ne Weiche Der ist grad bei dir direkt Da ist noch einer Da, im Haus Ja Haus ist kaputt Ich hab ihn auch angehütet Hast du ihn? Ich hab ihn jetzt Was? Oh nein, Viper Scheiße, der muss jetzt sein jetzt Gut Viper, wir haben Bekuschelt Ich hab ihn Erwalt muss jetzt aber ja da sein Ja, da vorne links Weitereich neben den unteren Jet, ne? Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Der ist auch im Tank Ist da, ne? Nicht zu tief fliegen Mit dem Widerweiter Nicht zu tief fliegen Viper, Jet sind da Da, sind wir da Sind wir da, sind wir da Ich hab hier grad einer genervt Bei Infanterie ist raus Rausgerannt, ne? Ey, wie ist denn das passiert Dass wir jetzt grad Mit Name im Haus ist da Infanterie ist auch noch ein Tank Bei D ist noch ein Tank Was ist denn das jetzt gewesen? Was ist denn das jetzt? Wir wurden gerannt Das war der Turm Das war der Turm Nein, was war denn das jetzt? Der Turm Was ist denn der Turm? Jaja So ist es besser Da ist es jetzt so ein Durcheinander Naja, wir haben die ganze Infanterie nicht hier drin Das ist ruhiger Also wir haben jetzt drei Drei gewonnen und eins verloren, ne? Hä, wir haben gar keins verloren Wir haben alles gewonnen Wir haben alle gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr Wir haben alles gewonnen Sauber Jungs Super Wir haben alles gut gemacht Wir haben alles gut gemanagt Also fürs erste Mal Hubschrauber oben Den hole ich mir jetzt noch mit einem zu Mann, die TVs haben eigentlich relativ auch getroffen Also Anstreit schwer Ja Also ich muss aber sagen Der Viper hast du mit der TV besser getroffen Ähm, Havoc Ja das ist irgendwie so Das geht mir auch immer so Ich treffe mit der Viper auch besser Ja Hubschrauber Ja weil wir dann weiter die Äh, die den vorbeziehung zu die Ähh TV mit dem Bescheid Die sind weiter nach unten Hubschrauber Viper, Jett hin nach mir Ja, ja, wir sind eins Ticket noch Und schranzel Hubschrauber Wunderbar Nice match Sehr schön Was passiert jetzt? Fertig mit 4 mal gewinnen? Ich denk schon. Runterholen die Wadermachen. Wollen wir mal runtergehen? Warte, nicht runter. Warte, lass doch mal gucken was die jetzt machen. Ja genau, wir bleiben einfach drauf. Ja, sie gehen runter. Also, wie geht Leute? Sehr schön.